Das Reisewetter am Freitag, 3. Mai. In Budapest wird es am Freitag bewölkt und windig. Zudem kann es immer wieder regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 23 Grad. Am Morgen kann es in Debrezin zu Regen kommen. Tagsüber bleibt es bewölkt und teilweise lässt sich die Sonne blicken, bei Temperaturen bis zu 26 Grad. Auch in Gür bleibt es am Freitag bewölkt und windig. Den ganzen Tag soll es zudem immer wieder regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 18 Grad. In Hewis wird es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad. In Peetsch wird es zu Regen und Gewitter kommen, zudem bleibt es bewölkt. Die Höchsttemperatur soll bei 18 Grad liegen. In Segett bleibt es am Freitag bewölkt, ab und zu lässt sich aber die Sonne blicken und erst am Abend kann es zu Regen kommen. Die Temperaturen sollen bis zu 18 Grad betragen. In den frühen Morgenstunden soll es in Mischkohls regnen. Tagsüber wird es sonnig mit vereinzelten Wolken, bei Höchsttemperaturen um die 24 Grad.